Jodala, wir fahren jetzt zum Händler und verkaufen hintermutter. Das geht leider nicht für unsere Zwecke. Sagst du einen Weg für den Händler an? Ja, links. Joa, folgen sie dieser Straße unauffällig? Was? Geht schon dahin? Da ist ja der Zugfahrt da drüben. Schau mal an den Holz rechts. Achso, geil. Links, 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 links. Ja, jetzt links. Ich hau mal die Blinks rein. Das Arge ist, ich muss die große Karte aufmachen, weil sonst mein Charakter noch durchstehe. Ah, der steht noch auf der Sagen hinten, gell? Naja. Macht nichts. Dann hol mir nachher. Charakter. Alter, wie dein Charakter geil ausschaut, schau, dass er echt nicht so ausschaut. Naja. Hattest du schon verlieben in mich? Ich bin froh, dass es nicht so ist. So, bohrt dich ein rassiger Typ grad aus? Ja, ja. Fahr weiter. Sag, das Navi spielt heute. Ich sag das eh rechtzeitig auch. Du musst mir das schon Navi mäßig auch sagen. Ja. In 100 Meter biegen sie rechts ab. Bitte biegen sie rechts ab. Bitte sag das Navi nicht. Das Navi sagt jetzt rechts abbiegen. Ich hätt gern eine weibliche Navi stimmen. In 500 Meter können sie rechts einbiegen, bitte. Fahr nicht so schnell. Fahr nicht so schnell. Fahr nicht so schnell. Pass auf, da kann man Kurven. Pass auf. Das ist ja kein Navi nicht. Das ist ja... Ah ja ja ja. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt... Ah, ich hab grad den... Der Bing? Der Bing? Ja, der Bing. Grad nicht so lustig. Ja, war spätisch. Das gescheites kauft. Nein. Sie haben ihr Ziel erreicht. Danke. Na, wir ausschalten. So. So. Wie weit muss ich noch füri? Stopp! 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 Hoppala! Kaufen sie gleich das neue Gerät! Das ist ein Fick, Richard. Was? Dann hängt mir das Gerät wieder an. Go 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 stop 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 Das darfst du fahren Von nach vorne Der geht mit deinem Gerät Ok Hast du deinen Vierer scheinbar mitgenommen? Na Mit der Warte steht er nur drüben Ah ja stimmt Dann müssen wir nach oben Hallo Blinker Sie überschreiten die zulässige Höchstgeschwindigkeit Was ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit? 70 Freilandstraßen Der Vorkan 70er Bei der nächsten Möglichkeit überholen sie bitte Ja So kert sie das Skipping Gib sie ihm Kurven Ja Sehr schön In 300 Meter rechts abbiegen Jetzt rechts abbiegen Ja Folgen sie dieser Straße 300 Meter Ja Bei der Reine sagst du unauffällig Ja Oh 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 ja Wer hat den Stadel weggelegt Wer hat den Stadel weggelegt In 100 Meter rechts abbiegen Uh Jetzt rechts abbiegen Sie befinden sich in einer Sackgasse Wenn möglich wenden Ja Na schau was da Ist nur auf der Sackgasse Alter Da müssen wirklich die Leute arbeiten Halleluja Ja Ja Was ist da laudimul Ah Was haben wir denn da gemacht Wir müssen auf jeden Fall Die Stämme Ja Auf vier Meter Das können wir jetzt ja eh konfigurieren Ich schneide mal da vorne das an Warte warte Ich platziere da schnell mal die Halterung gell Baumstämme Halt da draus Was Die draus sind da Ja Kann halt nix spazieren Was ist denn das für ein Schmarrn Geht nicht Direkt da Also wurscht jetzt vier Meter sind Können wir es nicht gehen Äh Mit dem Brack da aufpassen Auf dem Kran Hätte ich gesagt Mit dem Flanbler da Was ist wenn wir Was nicht vier Meter Halt da vorne gleich in die Fabrik rein Das hört sich nach einem Plan an Nein ich hätte schon Wolltest du jetzt in die Fabrik reinhauen Ja ja Fabrik Deswegen hauen wir es mal oben drüber Wie geht das mit dem Mason Und was wird das denn Halt und Rechtsklick Ah da ist das geil Und watschen einfach Was Ich probiere das mal zum Auffassen da Ob das so geht wie das will Scheiss 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 Wetter alter Wurscht eigentlich komisch sein Ja Nein aber es muss wieder Wallkick and cloudy sein Oh da wäre ein Hexler wäre ganz geil Wo wir die kleinen oder zu lange Baumstämme reinballern können Wir haben einen Hexler Aber den jetzt aufstellen Da hängt ja der Traktor neben Sollten wir mal die Holzbrillen Wir sollten mal die Holzbrille ballern da weg Wir sollten mal die Holzbrillen da weg Wir sollten mal die Holzbrillen Dinger da weg ballern Die steigen ja voll im Weg Hört sich nach einem Plan an Ja Das erste habe ich schon viel gebraucht. Warte, ich muss das Gewicht wecken und der Traktor tanzt mir zu viel. Hey, da habe ich jetzt eine geile Zange mit hineingenommen. Schau einmal unter Frontlader. Ah, die haben wir da nicht drin. Herrgott. Oder ist die unter Forst? Ja, wenn ich manchmal mit dem Signal blähen, manchmal mit dem Ding was mache, ist das nicht so. Also mach gleich alles in meinem Server, dann hast du kein Problem. Ja, nein, jetzt war es aber richtig, mit zwei so greifen um und und. So wie es das du hast. Ach so, so. Gut, das heißt... Wenn du das automatisch aufpassen willst, war es schöner. Ich lande dir nicht einmal an, fass dir nicht einmal auf. Okay, dann passt. Also musst du es nicht mit dem Grauen, Richard. Kannst du mit dem umgehen nicht? Weiß. Da geht mein Zange nicht mehr auf. Was kannst du mit dem umgehen? Der geht so langsam. Sicher kann ich mit dem umgehen. Aber er muss. Ach so. Ich bin jetzt ein Grauenprofi hier. Im B3. Gut, dann schiebe es dir jetzt nur mehr zu, wie. Du hast das einzige ein Grauen-Fährerschein. Dafür habe ich einen Stampler-Fährerschein. Den mache ich noch. Ach, du hast das scharf aus. Buhre. Ich schiebe es mir mit dem Schiebe schuld, so. Wieso ist denn das so Fenster? Ja, weißt du weder. Kommt der Rang oder was? Ja, stimmt. Wird nicht schöner. Wir sollten jetzt dann einmal drauf achten, haben wir jetzt schon Traktoren gekauft. Wieso? Achso, das... Ja. Vom Fall. Ups. 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 Ja, jetzt ist es wieder schöner. Au. Oder das macht... Ja, das macht ja gleich was anderes. Das ist ja gleich viel schöner. Äh, der klebt. Okay. Was, der klebt? Hm, der ist da so ein bisschen auf der Zangenpicker geblieben. Ich hol halt gleich einmal den langen da runter, aber ich schneide gleich vier Meter da im Wald zusammen, so wie es sich gehört. Ja, und da kannst du es eh nachher mit der Seilwinde abziehen. Ja, ja. Vier Meter stehen mit sechs Terpo mehr. Normalerweise? Ah doch. Ah, vier Meter waren nicht so, gell? Nein. Ah, vier Meter. Hey, wir haben Gold gekriegt für den Zug, schon gar nicht wenig. Wie viel haben wir denn gekriegt? Ah nein, Blödsinn. Du hast dir den Anhänger verkauft. Glaub ich auch. Vollinformation. Hätt mich jetzt gewundert. Das ist ein bisschen tricky mit der Kamera. Ähm. Naja. Geht trotzdem. Wie was für Kamera? Weil man hinten auf dem Ding drauf sitzt. Achso, du kannst aber die Kamera umschalten? Ja, aber nicht so, wie es du glaubst. Ich kann sogar einen Mann rauf setzen. Ich sitze oben. Achso, sitze ich oben. Nein. Nein. Mein Maßband ist kurz. Hat nur 16 Meter. Ah, das geht sich an. Das ist jetzt hauer. Ich komm nicht runter. Oh. Nein. Ich komm da nicht runter. Jetzt geht sich oasch knapp aus. Den verliere ich. Äh. Abkuppeln. Ein schalten. Warte mal. Muss man es einschalten. Ja. Oh 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 oh. Ah, wie war der Film? sehr überraschend gut meiner meinung nach ja ich hätte erst mal alles aufgefasst was wir da ja ja ich bin gerade dabei suche gerade das letzte abschnipsel da überraschend gut okay ja also die special effects an ja wieder mal als schlichten nehmen wird wenn er nicht auch hängen kannst du nicht anhängen warte ich komm schon ab verbleibende kette nur weiter da muss ich das winden ich glaube es wird ja irgendwas um die gegend aber kommt bei geht das ist sowas von unrealistisch das spurt keine kollisionsabfrage bei der kälte der froh jetzt haben wir überdimensional lange kälte es ist er hat jetzt gerade das traf na 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 der nachbars bursche da mit dem opel tag weisen vorher halleluja aber er hat umdreht wie er uns gesehen hat ja so wirst du jetzt geschrien hast mit ihm ja da und so geschissen da in die kurven unten hinein schneidt so jetzt haben wir unsere flexiblen käden da die sind relativ lang muss ich sagen das ist nicht so ein profi-like was wir da gemacht haben gefällt mir nicht was hängt es auch noch einmal alle äh ja wir müssen von hinten anfangen warte wir müssen weg tun sie erst sonst geht es nicht ja ja dann winken sie ach so geht es nicht ja wohl sicher jetzt hängen wir hinten wieder na na hängen wir es wieder auf hängst du ab und hängst du nur den anderen hinten auf ja wat ja wollte ich gerade das gleiche machen na jetzt schon Riccardo hast du die anderen drei zusammengeheilt? ja sicher genau dass sie da hinten zugeflogen sind na schau nicht einmal den nehmen weg er kommt noch jetzt jetzt kommt er das ist ein sample war geil jetzt da werden wir mit Bonzi brauchen na nein Bonzi brauchen wir nix im kleinen Bonzi der war geil aber der nimmt so fast keine Bahn na der der nimmt den nix das ist ja schau dir das auch wenn ich mir das gemacht habe du kannst einmal vier Meter was schneiden ei ei hätte gesagt ich hätte gesagt wir beenden den Badermann und sehen wir zum nächsten wieder tschüss mit euch tschau 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 tschau